ARD Text im Auftrag von Funk Weisst du, ob wir was mit der Honigbiene anfangen können? Ich glaube, da kann man Honig irgendwie draus machen. Aber auch so, dass es selber produziert, irgendwie? Hm. Da bin ich mir jetzt unsicher. Ah, ich wollte ein zweites Bett bauen. Jawohl, ein Bett. Nicht vergessen reinzulegen, wenn wir spawnen. Wir können only sleep at night. Vielleicht zählt es auch schon so. No. Es gibt ja einfach zu viele verschiedene Items in der Mods-Nammlung. Ja, das ist richtig. Das ist echt übel. Du hast mal gesagt, es gibt auch eine Sortiermaschine. Ja, das gibt es. Das kann man machen, dass man irgendwie das da reinwirft und das wird dann sortiert. Das müssen wir dann irgendwann auch nochmal angehen. Braucht glaube ich aber relativ viel Material und so. Ah, das geht schon, wenn wir mal genug Essen haben. Ja. Wird langsam dunkel. Mach mich mal auf den Rückweg. Mhm. Kann ich eigentlich einen Button verheizen? Ja. Lass mich raten, du hast aus Versehen einen Button gebaut, dass du die Slabs bauen wolltest. Möglich. Das ist schon mal lustig. Naja, die 10 Kohle, die ich jetzt rausgenommen habe, um den Button zu verbrennen, dann packe ich mal in die Truhe einfach. ja so langsam kriegen wir ein bisschen dünge es ist nacht ich warte mal hier dann können wir mal schlafen schauen ob das funktioniert ja funktioniert bestens mit dem fackeln jetzt von weitem schon gesehen wo wir sind im wald okay in der tru sind dann rechts unten auch noch gegrillte pilze ja ich habe tonnenweise grillen dabei sehr gut ist das dein button statt kohle weil ich den verbrennen will da müsste ich oben reinlegen und nicht unten nein kannst du beides glaube ich nicht holzwerkzeuge da kannst du interessanterweise okay ich habe vier hühnchen und zwölf steaks dabei und noch mal vier rind wunderbar lege ich mal ins web und das funktioniert meiste was ich glaube ich auch noch baue was denn eine türe wenn das ganze natürlich nämlich hier offen ist und dann vier ein kommt werden wir geweckt in der nacht es greift uns alles klar perfekt ja das mit dem hunger ist nicht mehr so sehr gut gefällt wunderbar das ist schon mal ultra erleichternd ich beginne mal ein morgen mal mit vier hühnchen da starte ich auch morgens ist normal du haust dir mal vier ganze hühnchen ja alles klar zum aufwärmen bevor ich richtigen hunger hat hast du auch irgendwas sinnvolles zum anpflanzen gefunden leider gar nichts auch nur pilze noch ich glaube ich mache hier mal wegwurf schacht ja das wäre mal noch was das ist schon wieder so viel bambus kann ich eigentlich gar nichts wegwerfen übrigens ich lege hier im gras block rein den bitte nicht bauen okay weil wenn du irgendwo bist was kein gras hat zum beispiel auf einer insel oder so da müsstest du eine riesige linie hinziehen mit erdblöcken damit das gras langsam rüber wächst mit dem gras block können wir einfach dort platzieren und das gras wächst okay darum ist er noch wertvoll ich glaube wir brauchen mal eine große ebene hier mit wo wir bambus anbauen können mache ich das mal schnell vor allem dann auch in linie dass man da vernünftig rundum laufen kann schade die pilze gehen nicht ich habe genug leder für den rucksack okay dann stellen wir einen her und schauen mal wie das ist ja wenn ich genug holz hätte okay hast du jetzt holz abgebaut oder ja holz habe ich auch für den rucksack holz ja ich muss eine truhe reinpacken okay ich dachte das ist nur aus leder ich glaube je nachdem was du in der mitte tust ist für was anders du kannst auch eine mobile workbench haben damit kannst du keine mobile ender truhe bauen du dann in der mitte platziert du siehst wie bambus wächst ja ich habe ja im single player selber eine riesen fahren es gibt ja noch grösseren bambus okay scheint beim buddha ist ungefähr doppelt so hoch sowas bräuchten wir so ihr glaubt das geht auch so ganz gut so halbwegs vernünftig bambus abbauen und anbauen können als kann man hier dann zwischendurch laufen darf ich etwas holz haben ja natürlich gleich ist ein schönes holz dass du hier eingesammelt hast darf ich dir deine frisur mit etwas axt verziehen nein gerade ausnahmsweise nicht na ja dann zitiere ich faust was denn ich habe keinen rucksack gebaut ohne truhe in der mitte ich kapiere es gerade nicht habe ich doch gesagt vielleicht nur bei normalem rucksack brauchst du keine truhe in der mitte na ja kann man schnell ich schau mal nach wer kriegt jetzt den rucksack na ja ich habe zufällig noch eine zusätzliche truhe hergestellt pack dir mal neben deine kompost es gibt es gibt ein big backpack da brauchen wir dann tent leider wir mal sozialen gibt ihr den rucksack okay einmal im leben tent leder kann man aus normalem leder wenn man das mit kohle brennt herstellen aha nee wir brauchen bauen leder wir müssen da brauchen wir okay das ist mehr arbeit da bauen wir leder und spinnfäden dann können wir bauen leder machen und bauen leder in der furnace brennen wird zu tent leder und dann kann man den großen backpack bauen aber da brauchen wir sehr viel spinnfäden dazu weil ein leder sind wir eine mine finden oder so eine mine kriegst du massig bin fäden ja können wir dann ja mal wo ist jetzt der backpack da sowie ziehen muss ich den anziehen nein das ist hältst du in der hand und wenn du das inventar öffnest oder kannst du irgendwie draufklicken und dann öffnet sich ein zusätzliches inventar du findest das garantiert aus bist ja begrenzt ja genau ich mache ich das scheiß teil auf das muss unten in die leiste ziehen ja habe ich dann wäre es aus alles klar entschuldigung dass ich dich überschätzen minecraft ist einfach nichts logisch gefühlt okay unsere kompost farm ist schon mal halbwegs ok jetzt bräuchten wir nur noch irgendetwas das wir anpflanzen können ach was wir können theoretisch mit eisen zumindest mal weizen anpflanzen ich habe zwei eisen ich glaube ich brauche zwei oder drei für eine aber die geht halt so schnell kaputt aber besser als nix ich glaube zwei brauchst du ja ich laufe auch mal irgendwo kurz noch rum und schauen mal ob ich irgendwo was finde ja ich habe einen garten gefunden was haben wir winter squash und zucchini ist noch gab winter squash neu weiß gar nicht mal was das ist sieht aus wie eine birne noch ein garten diesmal haben wir cantaloupe was ist eine cantaloupe keine ahnung ich habe mich ja so gut mit gemüse und früchten aus da gibt es goldenen bambus lol ein bären garten langsam wird es was wo zur helle bist du dass du das zeug findest im wald und der treppe geradeaus ok bin halt schon wieder mal am kochen auch ich habe genug meint du ich hätte dir auch was abgeben sollen vielleicht aber ich bin es schon gewohnt das passt schon nene bleiben nur wo du bist ich habe ja ich habe ja sah man also wenn ich gerade wieder zurück finde gleich oh das sind gerade zwei rinder über unsere basis ok das oder ich habe mich verlaufen lass mich raten und schweine ja das haben wir etwas anders aus ich glaube ich bin auf der falschen seite gelandet blick habe ich ja die koordinaten wir haben eine sherry mit einer sherry kann man theoretisch anpflanzen ja die habe ich mal auf dem baum gefunden und ich habe ja ein bisschen dünger mit dünger und erde kann man herstellen wieso kann ich aus einer sherry keinen sherry sammeln machen vielleicht ist es aus dem anderen modpack weil das habe ich an einem baum gefunden das ist möglich ich habe ja die gleichen dinge aus zwei verschiedenen mods hier dann esse ich die einfach mal wobei ich mache mir zuerst einen chooser dann gibt es mehr der auch nicht funktioniert mit denen ok mal die erst den zusammen herstellen kannst das sind die mit die auch mit dem schuss funktionieren naja alles klar ich bin zurück hier ja hast du mir gekochtes essen ja verzweifelt eine pressure plate herzustellen einfach zwei nebeneinander das geht anscheinend mit dem stein nicht ach da brauche ich gebrannten steine genau kannst aber auch aus holz herstellen ja ich brauche aber für den chooser so ich habe alles was ich gefunden habe in der gärten hier eingepackt und es ist eine ordentliche menge sehr gut damit kann ich arbeiten jetzt brauche ich nur noch metall für eine hau ja habe ich auch wunderbar das ist nacht ich würde dir darum vorschlagen ich gehe mal buddeln mein essen haben wir jetzt ja genug oder brauchst du noch etwas mehr ich glaube das sieht man gut aus so weil ich hätte auch noch sieben pilze aber die kann ich natürlich gerade nicht wobei ich könnte noch einen ofen bauen wäre vielleicht gar nicht mal so dumm das reicht schon mal an stein ich brauche nicht mehr aber noch ein ofen schadet sicher nicht ok ich nehme mal die hälfte der kohle so ein paar pilze brennen kannst noch alle nehmen ok doch ich kann aus der cherry saft machen ok dann ist gut umso besser scheint das mit dem zufällig doch zu funktionieren so was hast du nennt hier schöne das da ja groß best in plains and forests plains forests ja perfekt ja 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 das ist auch ja 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 das ist auch Also mehr Bambus. Und ich brauche mehr Erde. Und wir sollten mal schlafen, glaube ich. Stimmt, wir können jetzt ja schlafen, da muss ich ja gar nichts runterbuddeln. Ja. Vor allem kann ich dann draußen anfangen anzubauen. Wunderbar. Gut. Ich denke, dann gehe ich mal auf Erdsuche. Okay, wo bauen wir denn den Garten hin? Gegenüber am Fluss, oder? Ich denke eigentlich Richtung Baum, weil ich will ja da beim Baum oben bauen. Baum, Baum, Baum? Den grossen Baum da oben, wo wir gestartet haben. Ich glaube, der ist geradeaus. Also hier... Fluss geht genau in die Richtung. Jo. Und hieraus kannst du auswählen, wo du willst, einfach nicht direkt beim Baum. Ich schaue gerade. Also theoretisch hier oben, oder? Oder wo haben wir gestartet? Oh, hier ist eine versteckte Höhle, sehr schön. Ich habe gerade keine Ahnung. Komm ich schnell. Bei dem großen Baum, der über dem Meer ist, da will ich meine Hütte bauen. Also da ganz hinten? Ja, genau. Okay. Soll ich dann da bauen, oder soll ich es hier machen? Wo du willst, da einfach in der Nähe, da am besten zwischen unserer jetzigen Basis. Ja, in der Nähe des neuen Basis am besten. Hm. Frage ist, wenn du da an den zwei Bäumen willst du bauen, oder? Nein, ich will da Richtung Klippe rausbauen. Okay. So, erste Höhle, und ich habe schon massig Eisen. Oh, ich hasse meine Kraft. Warum spielst du es dann? Ich hasse einfach nur, dass man nur einen Block hochspringen kann. Jetzt bin ich hier runtergefallen, und jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Wieso haben wir nicht in flachen Gegend bauen können? Weil es scheisse aussieht. Macht doch nichts. Irgendwann haben wir dann Strassen, dann geht das gut. Ich muss auch optisch was hermachen. Vor allem muss ich hier mal den halben Buschwald roden, das ist so übel. Ja, raus eine Schere und Problem erledigt. Ja, ich muss auch mal genau den, äh, die Blöcke dann abbauen. Damit da nicht immer wieder neue Erlern kommen. Ähm. Ja, aber damit findest du die leichter. Vor allem Gestrüpp, das ist richtig. Also theoretisch, möchtest du dann hier bauen, wenn ich das richtig beurteilt habe. So, mal fünf Steaks als Mittagsmahlzeit. Mittagsmahlzeit. Wo ist denn unsere derzeitige, das muss da hinten sein. Hier könnte man theoretisch dann eine Strasse hochbauen. Ich kümmere mich darum, sobald ich weiss, wo dein Garten ist. Ich weiss selbst noch nicht mal, wo mein Garten ist. Ich will hier sehen, nicht vielversprechend aus. Hm. Was brauche ich für eine Schere? Metall, oder? Ja, Metall, diagonal angeordnet, also zwei Metall. Naja. Kein Metall. Ja, aber ich habe dabei. Da mache ich das später. Red Jar. So. Mach ich das hier? Oder wolltest du hier bauen? Ich weiss es nicht mehr. Was zum... Oh. Gibt's ja nicht. Wieso? Ah, ne, ne, ja, alles okay. Du wolltest Richtung Meer raus, oder? Genau. Ich baue ihn da so stützen und darauf ein Haus. Direkt gerade vom Baum aus. Ah, von dem Großen da. Genau, zumindest ist das der Plan. Vielleicht ändert sich noch was, dann. Dann kann ich theoretisch hier problemlos bauen. Sollte ich vielleicht nicht ganz beim Baum, weil sonst kriegt er zu wenig Licht. Ne, ich bin ein bisschen drunter. Also eins weiter unten da, ebenentechnisch. Okay. Aber eben nicht, dass der Baum darüber hängt, das meine ich. Ne, 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 ich bin weit genug, sollte weit genug weg sein. Aber ich muss hier mal den Wald rohen. Schön, dass ich schon wieder am Fachmann bin. Hat ja noch Pilze im Ofen für dich. Äh, nein. Doch, ich habe da 16 reingepackt. Und ich sollte hier mal ne Treppe raufbauen. Kann ich da Cobblestone nehmen? Ja. Ich hoffe, ich will hier mal. Ja. Ich habe keine Ahnung warum, aber dann läuft das extrem flüssig bei mir. Ja, bei mir auch okay. Vielleicht muss das Gebiet länger geladen sein. Ich habe gerade 50 Frames während der Aufnahme. Wunderbar. Im Wald. Meist hatte ich da so 20 bei den Probeaufnahmen. Oh, ein Garten. Ah, wieder das Zeug, das wir schon haben. Wo ein Garten ist, können manchmal Mirre sein. Da unten sieht doch auch nach einem Garten aus. Sehr schön. Ich brauche auch so einen Rucksack. Rucksack ist gut. Ah, wieso stellt der das Ding immer verkehrt hin? Da unten ist das Ding. Da unten ist das Ding. Ich habe nichts, das ich als Filmmaterial nehmen kann. Ich muss mal ein bisschen RDR bauen. Eisentechnisch sieht es nicht schlecht aus. Sehr schön. Das Ding ist gut. Okay. 19 Eisen habe ich jetzt. Okay. Ich hoffe, das wird noch mehr. Du brauchst ja ein paar für die Hacken, oder? Ähm. Ich denke, ich brauche, wenn wir jetzt keinen Weizen vorerst mal uns organisieren, brauche ich nicht so viele Hacken. Okay. Weil solange du nur die Garten Erde umgräbst, verliert es keine Haltbarkeit. So, jetzt müsste man hier noch einen Weg rüber bauen. Wusstest du auch, dass man Erde bauen kann, die nicht verbessert werden muss? Ja, ja, Garten Erde. Da brauche ich den Kompost ja für. Ähm, ich muss jetzt hier mal einen Weg rüber bauen, irgendwie. Und das ist Nacht. Alleine kann ich nicht schlafen gehen, oder? Nee. Nee, leider nicht. Wäre auch etwas komisch, wenn sich die Zeit plötzlich versteht. Eben. Dann müsstest du auch ein Bett sozusagen haben, oder? Mithaben. Dann würde das gehen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so eine dumme Idee. Ich fall gerade in alles rein, was hier ist. Wir können hier den Schluss für die Orientierung. Nacht ist. Kann ich da schlechten Weg bauen? Skelette und so. So, was haben wir denn hier noch? Ich könnte mich hier mal runtergraben. Hm. So, was haben wir denn hier noch ein paar Minuten? Einmal brauchst du auch fürs Wasser, oder? Ich glaube, ich brauche kein Wasser mal vor. Okay. Weil Gartenade muss ja nicht bewässert werden. Jaja, aber ich dachte vielleicht zu Beginn. Ich glaube nicht. Okay. Ich bin übrigens im Haus. Okay, ich komme. Wir haben da aber noch einen Spanner. Ich seh's. Ich habe mir gedacht, ich haue dich. Ja, habe ich gemerkt. Vielen Dank für deine zahlkräftige Unterstützung. Wertvoll wie immer. Ja, 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 ich weiss. Es war auch keine Absicht, dich zu hauen. Wuhu, Eisen. Ich muss mal mein Inventar ausräumen. Gut. Das brauche ich nicht. Ich glaube, ich brauche mal Holz. Geh mal organisieren. Ich hätte sonst noch ein bisschen was. Ja, aber ein bisschen, oder? Also ein bisschen heisst irgendwie 37 Loks, die ich noch zu Planken verarbeiten kann. Ach so. Ich brauche die ganze Zeit Holzbettler darum und kriege keins. Du hast nichts gesagt. Doch, habe ich. Nein. Hast du mir mal dein Holz? Nein. Oh, Ground Garden. In der Kiste. Oh, ich habe noch einiges Zeugs gefunden. Sehr gut. Ich glaube, Karotten und Radieschen. Okay. Und, was ist das? Ich habe mal Holz in die Kiste gepackt. Rhabarber. Sehr gut. Oh, noch ein Garten. Mann. Was ist das jetzt wieder? Zwiebeln. Oder Knoblauch. Eins von beiden. Knoblauch. Sehr schön. Ich muss mir zuerst überlegen. Ich kenne mich ja sowieso nicht gut aus in Gemüse und dann auch auf Englisch. Ja. Also habe ich Englisch zwar keine Probleme, aber wenn es Gemüse ist. Düh. Frage, aus was soll ich die Brücke darüber bauen? Ich würde eine Steinbrücke machen, aber mach doch einfach irgendwas Provisorisches mal schnell. Ich mache es dann so oder so mal irgendwann nicht schön. Alles klar. Ich liebe es nämlich so kleine Dinge zu verschönern. So, habe ich noch Stein, habe ich noch. Ich habe Lobster Claws. Das ist eine Pflanze. Ja, die habe ich auch schon gefunden. Ah, sehr gut. Ich weiss zwar nicht genau, was ich damit machen soll noch, aber... Erdnuss habe ich auch noch gefunden. Ah, komm, ich brauche keine Wolle. Wir haben ja ein Bett. Wobei... Ein Bett, das ich dabei hätte, wäre super. Eine Wolle ist noch in der Truhe. Ja, und ich habe noch zwei dabei. Perfekt. Ich packe mal das Eis in die Truhe. So, die Schere. Hier. Dann brauche ich mal eine neue Spitzhacke. Ich denke, ein Zeug, das du am Pflanzen kannst, haben wir jetzt mal genug. Ja, wir bräuchten dann halt die speziellen Zutaten irgendwann. Aber... Die müssen wir dann suchen. Golden Bamboo. Der noch grösser. Brauchst du den? Ähm, Golden Bamboo... Äh... Glaube ich, nicht unbedingt. Okay. Also, ich habe ihn schon gesehen. Den kann ich dann auch am Pflanzen-Scanning. Oh, mit den Scissors geht das ja super schnell. Das abbauen. Von den, äh... Jo, lief's. Wenn wir Weizen hätten, wäre das schon noch gut. Dann könnte ich die Kühe, die da direkt über uns sind, mal runlocken. Weizen sollte nicht das Problem sein. Kann ich organisieren. Wie kriegst du das eigentlich in dieser Mod-Sammlung? Äh, du musst mit einer Hohe auf Grasblöcke hauen und dann kriegst du das. Ja, aber das habe ich, äh, gemacht im Single-Player und ich habe nie bekommen. Äh, doch, es geht, aber die, ähm, Rate ist relativ gering. Okay, ich habe ungefähr drei Hofs verbraten. Okay, so viel dürfte es eigentlich nicht sein. Also, wir machen guilt. Okay, okay.